Wenn du mit Dropshipping starten willst, ist dein Online-Shop eines der wichtigsten Elemente, die du beachten musst. Denn hier schenken schließlich die Kunden uns Vertrauen und schließen ihren Kauf ab. Deshalb muss unser Online-Shop zugleich professionell, übersichtlich, als auch vertrauenswürdig gestalten sein, um Verkäufe über unseren Online-Shop erzielen zu können. Und falls du noch nie mit Shopify einen Online-Shop selber aufgebaut hast, kann das durchaus sehr einschüchtern sein. Und hierfür will ich dich Schritt für Schritt durch den ganzen Prozess langsam begleiten, sodass auch du, egal welche technischen Fähigkeiten du hast, auch einen Online-Shop erfolgreich erstellen kannst. So, vornherein, welche Elemente sind jetzt grundsätzlich wichtig für einen Online-Shop? Nummer 1, die Brand-Elemente. Das umfasst alles Mögliche von der Domain, deinem Logo, deiner Fontwahl und deiner Farbwahl. Das formiert grundsätzlich unsere Seite und die Tonalität gegenüber dem Kunden. Dann brauchen wir natürlich alle möglichen Seiten, Navigation und rechtliche Seiten, dann die Homepage, unsere Landingpage, die Produktseite und dann noch zusätzliche weitere wichtige Elemente, wie zum Beispiel die wichtigsten Apps, die du installieren solltest. Und genau diese Elemente werden wir in diesem Video Schritt für Schritt gemeinsam aufbauen und durchgehen, sodass du da auch keinerlei Probleme mehr hast. Zum Zweck dieses Tutorials werden wir den Shop basierend auf diesem Produkt hier rum bauen. Dieses Produkt hat schon extrem gute Ergebnisse international erzielen können und wir werden das ganze Beispiel anhand von diesem Produkt erstellen. Heißt aber nicht, dass ihr eins zu eins diesen Shop kopieren sollt und direkt das Produkt testen sollt. Aber grundsätzlich könnt ihr viele Elemente dieser Struktur von diesem Shop durchaus übernehmen. Jetzt starten wir mit dem ersten Punkt, das ich erwähnt habe und zwar der Brand-Image. Hierbei ist der beste Tipp, den ich von Anfang an euch geben kann, ist das Ganze möglichst simpel zu halten. Nicht groß überkomplizieren, um bei den Farben letztendlich zwei bis drei grundsätzliche Kernfarben zu nehmen, die auch miteinander passen und harmonieren. Also wir wollen definitiv nicht sowas, wo alle möglichen Farben kreuz und quer zusammengewürfelt werden, sondern wirklich, das soll ein vertrauenserweckender Shop sein und für mich ist das direkt zum Beispiel abstößend. Falls ihr grundsätzlich Probleme mit der Kreativität habt und nicht ganz sicher seid, welche Farben letztendlich gut zusammenpassen oder welche Farben ihr überhaupt nehmen sollt, nutze ich ganz gern diese Seite hier und zwar heißt die Colors. Und hierbei können wir den Generator nutzen dazu, um letztendlich möglichst viele Farben generieren zu lassen. Hier können wir dann alle möglichen Farben mal durchtesten und mit Leertaste neue Farben generieren lassen. Sobald euch eine Farbe gefällt, beispielsweise Orchid, könnt ihr diese einfach abspeichern und rüberziehen nach ganz links oder auch in der Mitte lassen oder favorisieren. Und falls euch diese Farbe gefällt, kopiert ihr einfach den Hex-Farbencode und könnt ihn dann überall nutzen und kopieren. Alternativ könnt ihr dann verschiedene Shades, also verschiedene Schatten nutzen und noch weitere Komplementärfarben dadurch finden, indem ihr diese nebeneinander legt. Also das Tool ist super simpel zu nutzen und eigentlich ganz hilfreich. Wir machen weiter mit dem nächsten Element des Brand Images und zwar der eigentlichen Domain. Ziel ist es hierbei auch wieder Vertrauen zu erwecken und die Domain sollte kurz, knackig und prägnant und einfach leicht merksam sein. Und wie könnt ihr das Ganze finden oder wie könnt ihr passende Domain-Ideen sammeln? Einerseits könnt ihr natürlich selber creative werden und vielleicht verschiedene Wörterkombinationen zusammen kombinieren und dann eben über Domain-Check überprüfen, ob das letztendlich noch verfügbar ist. Alternativ, was ich zuerst ganz gerne mache, ich lasse mir Ideen von ChatGBT generieren. Das geht super easy mit einer kinderleichten Prompt. Ihr könnt diese Prompt genauso übernehmen. Findet 10 passende freie Domain-Namen für einen Laser-Produkte-Online-Shop. Das waren unter anderem die Ergebnisse, die für mich rausgespuckt wurden. laser-raiser.shop, laser-hair-auf.de, smooth-laser.net, lasershave.de. Falls solche Namen dir nicht gefallen, kannst du natürlich 10 weitere generieren lassen oder 20 weitere generieren lassen. Aber was ich dann ganz gerne mache, ich finde meine Lieblings-Domain, zum Beispiel lasershave.de, falls diese frei wäre, checke ich das Ganze bei allen möglichen Seiten, wie zum Beispiel Check Domain. Gebe diese Domain einfach hier ein und überprüfe das Ganze, ob diese Domain auch wirklich frei ist. Und wir sehen hier, tatsächlich ist diese Domain frei. Also würde ich diese nehmen, denn das ist eine fantastische Domain. Und diese könnten wir letztendlich testen, unser Logo drum bauen und unsere Brand-Image basierend auf lasershave.de aufbauen. Weiter geht es mit dem nächsten Element für dein Brand-Image und zwar ein passendes Logo zu erstellen. Das Logo muss natürlich passend zu deiner Nische und zu deinem Produkt sein und natürlich zugehörig zu der Domain. Das Ganze soll aber gar nicht so komplex sein und es reicht, wenn das komplett simpel ist. Oftmals nutze ich sogar Logos nur mit Font, also nur mit Schreibschrift, ohne zusätzlichen Icons, um das Ganze nicht so komplex zu machen. Denn ich will eigentlich, dass es clean und minimalistisch ausschaut. Aber wenn ihr passende Icons dazu findet, könnt ihr diese gerne passend dazu anhängen. Ich rate euch am besten, das via Photoshop oder Canva zu erstellen, falls ihr keine grafischen Fähigkeiten habt. Und ihr sagt, ach, das traue ich mir nicht zu, könnt ihr natürlich für 5 Euro, 10 Euro alternativ über Fiverr erstellen lassen. Aber wir können das Ganze gemeinsam jetzt ganz schnell in Canva erstellen. Wie gesagt, ich werde das Ganze hier aber nur ganz simpel danach erstellen. Hier gibt es viele verschiedene Optionen direkt unter Text. Ihr könnt hier unter Elements auch passende Elemente hinzufügen, die für euch zum Beispiel relevant wären für die Nische. Aber ich mache hier jetzt einfach ein passendes Logo. Hierfür finde ich diese Font eigentlich ganz cool. Und ich werde das Ganze natürlich Lasershape nennen. Dementsprechend richtig formatieren. Größer machen, dass die volle Breite füllt. Falls ihr euch wundert, welche Dimensionen ich hier gewählt habe, das sind 1500 mal 300. Somit muss ich das Ganze nicht viereckig oder sonstiges zurechtschneiden und habe somit schon eine sehr gute Größe für mein Logo. Falls ihr nicht zufrieden seid mit der Domain, weil ich habe jetzt hier einfach eine genommen, die mir eigentlich ganz gut gefallen hat, könnt ihr natürlich hier oben links passende Domains hiervon auswählen. Da diese Textfarbe für uns nicht passend ist und ich plane eher so ein lilanes Element zu nehmen, und zwar würde ich das Ganze einfach hier so anpassen und so ein helles Lila tatsächlich nehmen, da unser Radarisierer eher in einem Lila-Ton gestalten ist. Die Effekte nehme ich hinten raus, obwohl die manchmal gar nicht so schlecht sind, aber es kommt jetzt eh weg. So sieht unser Logo jetzt erstmal aus. Sieht jetzt natürlich jetzt nothing special aus, aber auf der Seite wird das dann doch relativ clean ausschauen. Und dann, sobald euer Logo fertig ist, könnt ihr das Ganze einfach hier sehr simpel unter Download als PNG mit transparentem Hintergrund runterladen. Falls ihr Canva Pro habt, alternativ müsst ihr diesen Hintergrund mit Remove Background oder alternativ direkt über Photoshop ausschneiden. Jetzt haben wir die essentiellen Brand-Image-Elemente erstellt, bearbeitet und wir können jetzt direkt mit dem Shopify Shop-Aufbau starten. Das Gute ist, so aktuell könnt ihr Shopify drei Tage lang komplett kostenlos ohne Kreditkarte testen und dann drei Monate jeweils nur 1 Euro im Monat zahlen. Falls ihr das Ganze selber starten wollt, findet ihr unten den Link in der Videobeschreibung. Es gibt wirklich keine bessere Zeit als jetzt Shopify zu starten. Also springen wir direkt hinein. Zuvor habe ich noch ein extra Gmail-Konto basierend auf diesen Daten erstellt, sprich lasershave at gmail.com, um das Ganze auch hierfür zu nutzen. Das könnt ihr theoretisch alles überspringen. Müsst ihr eigentlich nichts angeben. Country, Region machen wir Germany. Und dann müsst ihr im nächsten Schritt eure Shopify-ID erstellen. So, so seht ihr das Ganze für euch erstmal aus, sobald ihr euch ein Konto angelegt habt. Nicht verwirrt sein, es gibt viele Menüs, das verstehe ich. Aber zu Beginn sind für euch erstmal diese nur relevant. Und zwar, wir haben hier Home, da passiert eigentlich fast gar nichts. Bestellungen, hier kriegt ihr natürlich die ganzen Bestellungen rein, um diese abzuwickeln. Produkte hier verwalten und werden wir gleich ein Produkt hinzufügen. Dann haben wir unter Kunden, ist auch für uns zu Beginn nicht relevant. Genauso wenige wie Inhalte und Statistiken. Unter Statistiken, unter Statistiken werdet ihr, denke ich, euch am meisten aufhalten, sobald der Show eigentlich live ist. Marketing, werden wir auch wenig bis gar nichts machen, da wir letztendlich das Marketing tatsächlich in den eigenen Ad-Dashbots machen. Rabatte, könnt ihr Rabatte hinzufügen, falls notwendig. Unter Apps hinzufügen, fügen wir alle möglichen Apps hinzu. Unter Einstellungen findet ihr folgende Informationen, Shop-Details etc. Bei Plan würde ich euch auf jeden Fall immer den Basic-Plan anraten. Mehr braucht ihr da diesbezüglich eigentlich nicht. Unter Zahlungen müsst ihr dann Shopify Payments aktivieren und ich rate euch noch zusätzlich Paypal, falls möglich. Dann Versand und Zustellung, erstellt ihr die passenden Versandtarife. Märkte, falls ihr euch entscheidet, international zu schalten, ist es wichtig, unter Verwalten drauf zu klicken und dann aktiv zu stellen. Denn sonst könnt ihr nicht nach Österreich und Co. verkaufen. Unter Domains würde ich hier dann eben die passende Domain für mich kaufen, eben in dem Fall lasershave.de. Alternativ könnt ihr das natürlich noch zusätzlich auf GoDaddy oder IONOS kaufen. Unter Sprachen könnt ihr euch eure Sprache abändern. Bei uns ist der Standard jetzt auf Englisch und wir ändern das jetzt zum Beispiel auf Deutsch. So, das sind für mich die grundsätzlichen Anstellungen, die ich mache. Die Zahlungen, die Versandoptionen, die Märkte und auch die Sprache natürlich. Und dann gibt es noch natürlich folgende Menüs unter Online-Shop. Wir haben hier unseren Shop hinterlegt. Hier können wir folgende weitere Elemente bearbeiten, wie zum Beispiel den Code oder die Standard-Theme-Texte. Aber das ist etwas komplexer. Und falls ihr den Shop eigentlich anpassen wollt, klickt ihr natürlich hier auf Anpass. Zuvor will ich aber noch die passende Theme-Option für mich finden. Hierbei müsst ihr das Ganze auch nicht überdenken und viel Geld für bezahlte Themes ausgeben. Denn meiner Meinung nach sind viele kostenlose Themes sogar noch besser. Und das sind jetzt meine Favoriten. Hierfür klickt ihr einfach auf zum Theme-Store diesen Button hier und dann werdet ihr direkt zum Theme weitergeleitet. Ihr seht es hier, wir haben hier ganz, ganz viele verschiedene Themes, von denen wir uns beliebig eins auswählen können. Aber ich navigiere ganz gern hierfür unter Free. Ihr seht es hier, wir haben insgesamt zwölf verschiedene Optionen für Free Themes. Meine Favorites hierbei sind zum Beispiel Sense, Refresh, Taste und Crave. Das heißt jetzt nicht, dass die anderen schlecht sind. Das sind bloß meine bevorzugten Themes. Für unseren Shop werde ich hierbei Refresh nehmen. Da es zum Beispiel andere Optionen bietet, die andere Themes jetzt zum Beispiel nicht haben, wie zum Beispiel eine bessere FAQ-Section. Und eines der ersten Schritte, die wir letztendlich machen müssen, um unser Produkt und unseren Shop richtig einzurichten, ist das Produkt zu importieren. Falls ihr euer Produkt über AliExpress gefunden habt, nutzt am besten hierfür die App DSRs. Oder noch besser, falls ihr euer Produkt über CJ Dropshipping gefunden habt, wie ich jetzt hier zum Beispiel, dann nutzt die jeweilige App CJ Dropshipping. Deswegen listet das Ganze auf den Store und dann seid ihr dementsprechend schon startgleich. Sobald wir dies erledigt haben, geht es weiter mit dem nächsten wichtigen Schritt. Vor allem damit starte ich eigentlich ganz gerne, um eine klare Struktur für meine Seite vorzugeben. Und zwar, ihr habt schon direkt gehört, Seiten und Navigation. Hierbei ist es besonders wichtig, dass wir das Ganze einfach minimalistisch, simpel und übersichtlich für den Kunden gestalten. Im Header, also das, was quasi oben ersichtlich ist, wollen wir nur die Kerninformationen aufzählen, wie zum Beispiel die Homepage, den Link zum Shop bzw. zum Produkt, eventuell die Kontaktseite und dann noch Paket verfolgen. Und im Futter, also unten, hebe ich meistens quasi die rechtlichen Seiten, wie zum Beispiel Impressum, AGB, Datenschutz, Widerruf und Versand auf. Sodass die Kunden alles Mögliche finden können, was letztendlich für sie relevant ist. Die Seiten kannst du hier jeweils unter Seiten erstellen. Dafür klicken wir einfach hier unter Seite hinzufügen und wir können jetzt die jeweilige Seite hierfür anlegen. Wie zum Beispiel die erste rechtliche Seite, Impressum. Für die Erstellung eurer rechtlichen Seiten empfehle ich hierbei ganz stark Händlerbund. Dafür reicht vollkommen das 10 Euro im Monat Paket aus. Das geniale Händlerbund ist, ihr könnt kinderleicht rechtssichere Texte auf Knopfdruck erstellen, indem ihr einfach eure Eckdaten angibt und dann werden die automatisch für euch generiert. Von Impressum, AGB, Datenschutz, Zuwiderruf, alles wird für euch erstellt und dann könnt ihr diese einfach hier rein copy-pasten. Und eine Thematik, bevor sie noch kommt, ja, ihr braucht ein Gewerbe. Ein Gewerbe braucht ihr in den meisten Fällen mit dem Ziel Profit und Gewinnorientierung. Also ja, rein rechtlich braucht ihr ein Gewerbe für Shopify-Dropshipping. Sobald ihr quasi eine Seite erstellt habt, könnt ihr diese einfach ganz leicht duplizieren, wie zum Beispiel hier, abändern, Datenschutz und dann jeweils die generierten Texte von zum Beispiel Händlerbund hier rein kopieren. Sobald wir unsere Seiten erstellt haben, können wir diese unter Navigation passende Navigationen erstellen, wie zum Beispiel den Futter oder den Header. Dabei nutze ich genau wie im Vorhinein die erklärte Struktur. Jetzt machen wir weiter mit dem nächsten Element unseres Shops, der eigentlichen Homepage. Hierbei ist es auch wichtig, das Ganze möglichst simpel, transparent und übersichtlich zu gestalten. Letzte, was wir schließlich wollen, ist, wenn sie von unserer Produktseite auf unsere Homepage kommen, dass sie einerseits abgeschreckt sind und nicht zurück zum Kauf finden können. Sprich, was wir eigentlich wollen, ist, unsere Kunden möglichst zielgeradig zur Landingpage zurückzukriegen, da sie dort letztendlich den Kauf abschließen. Um euren Shop bearbeiten zu können, müsst ihr hier einfach unter Anpassen drücken und dann werdet ihr hier weitergeleitet. Das ist die grundsätzliche Struktur, die wir direkt bekommen. Ihr könnt ganz einfach Elemente ziehen und verschieben, einfach mit dem Drag-and-Drop-Prinzip. Ihr könnt diese auch verstecken mit dem Auge, ganz leicht oder theoretisch auch hier löschen. Für mich, ich lösche jetzt diese E-Mail-Sektion. Ich stelle euch das Ganze mal kurz zusammen, wie ich meine Sektion und meine Struktur beibehalte. Ich füge hier zum Beispiel drunter unter dem Bannen ein Rich-Text hinzu. Ist nicht immer notwendig, so mache ich das aber grundsätzlich einfach, um noch zusätzlich einen Vorteil hier aufzulisten. Hier oben werde ich ein klares Bild dazu packen, zu unserem Produkt. Das kann von unserem Produkt sein, muss aber nicht zwingend sein, kann auch von unserer Nische sein. Dann im nächsten Abschnitt mache ich Bild mit Text. Hier erwähne ich weitere Vorteile, beziehungsweise das erste Vorteil unseres Produkts, was eben der Kunde dadurch bekommt. Im nächsten Abschnitt füge ich entweder nochmal Bild mit Text oder direkt schon vorgestelltes Produkt hinzu. In dem Fall würden wir hier direkt unser Produkt verlinken. Quasi hier, dass sie da direkt einen Kauf abschließen können, falls sie das Ganze wollen. Im nächsten Schnitt mache ich hier Bild mit Text und positioniere so das Ganze dementsprechend, dass das Bild an zweiter Stelle kommt. Also entweder kann man das so machen, aber ich mache das ganz gerne so. Hier das erste Vorteil, beziehungsweise was der Kunde letztendlich von deinem Shop und deinen Produkten erwarten kann. Der erste Hauptvorteil deines Produkts, ein weiteres Hauptvorteil oder alternativ Social Proof, in Form von positiven Bewertungen auf deinem Shop und zuletzt ein Produkt. Diese Struktur kannst du eigentlich grundsätzlich immer übernehmen und so das Ganze beibehalten. Die ersten Schritte, die ich mache bei der Bearbeitung sind letztendlich folgende. Wir wollen nämlich den Header anpassen, Menü abändern, den jeweiligen Header auswählen. Das Logo positioniere ich in der Regel mit dezentriert. Und in der Ankündigungsleiste gebe ich folgende Informationenpreise, wie zum Beispiel kostenloser Versand, falls ich das anbiete, alternativ ab dem Fixpreis oder alternativ Angebote, wie zum Beispiel Muttertag steht demnächst an. Dann könnten wir Muttertag hinzufügen oder alle möglichen Sachen könnte man hier oben auflösen. Also meistens sind von mir weitere Informationen, Angebote, Rabatte etc. In der Fußzeile füge ich natürlich auch mein Menü hinzu, also mein Futter, den wir zuvor erstellt haben. Menü, drehen das passende aus für Futter. In dieser Reihenfolge Kontakt, Impressum, AGB, Datenschutz und Widerruf. Dann weitere Infos, rechtliches, weitere Informationen als Titel. Der nächste Schritt, den ich einstellen werde, sind jetzt letztendlich die Farben und die Inhalte der Homepage. Ich füge hier einerseits das Logo hinzu, mache das dementsprechend größer. Dann will ich im nächsten Schritt hier die Farben und Akzente bearbeiten. Wenn wir zu Canva rüberspringen, können wir hier wieder die Farben nehmen, hier den Color Code. Dann können wir hier zum Beispiel den ersten Akzent farblich übernehmen. Dann passe ich dieses Dunkle an, ein bisschen eher aufs Lila, aber eigentlich gefällt mir dieser Kontrast ganz gut. Ich ändere die Farben etc. ähnlich ab. Dann bei Typografie, habe ich mir schon gedacht, würde ich gerne Montserrat nehmen, einer meiner Favorite Schriftdaten, da das eigentlich ganz gut zum Produkt passt. Die Titel machen wir in Bold und auch die kleinere Schriftart nehmen wir eine passende, ergänzende Schriftart. Montserrat ist nur eins meiner Präferenzen, da ich diese Frontart sehr gerne mag, aber es gibt auch viele weitere gute Optionen, die ihr dann hier eben finden könnt. Das aber letztendlich euch überlassen. Dann, was auch sehr wichtig ist, ist, dass wir direkt für Checkout das Ganze anpassen und hier auch unser Logo hinzufügen und auch Farben und Akzente dementsprechend auch direkt überarbeiten. Bei der Slideshow, also bei diesem Header hier, entferne ich meistens die Texte, aber alternativ kann man da ein passendes Call-to-Action hinzufügen. Wir machen das Ganze einfach hier alles raus und Container nicht auf Desktop anzeigen. Da könnt ihr natürlich die kostenlosen Bilder entdecken, etwas selber in Photoshop zusammenstellen oder alternativ passende Bilder auf anderen Stock-Image-Seiten finden, wie zum Beispiel Raw Pixel, Elements, Envato etc. In der nächsten Sektion unter Rich Text wollen wir das Ganze auch einfach dementsprechend farblich abstimmen. Ich nutze gerne das. Schauen wir mal, ob das Ganze auch lesbar ist. Alternativ kann man auch diese Option nehmen und dann füge ich hier quasi ein Benefit, was die Kunden auf unserer Seite finden können und welche Produkte und Qualität sie erwarten können. Für die einzelnen Sektionen habe ich schon bereits Texte vorbereitet und einfach direkt implementiert. Hautpflege war noch nie leichter. Hier bei Lasershape fändest du die besten und einzigsten Hautpflegeprodukte, die du benötigst für eine seidenweiche, saubere, junge und straffe Haut. Beim nächsten Element will ich hier quasi auch einen Vorteil direkt erwähnen, was die Kunden von unserem Produkt direkt bekommen. Das wäre in dem Fall Schluss mit Schnitten und Pickeln. Hier können wir auch die Textgröße der Überschrift abändern. Dann können wir unter dem Textstil das noch zusätzlich hinterlegen, den Text dazu. Beim Button verlinken wir natürlich das richtige Produkt und dann auch natürlich ein passendes Bild. Beim nächsten Element will ich entweder nochmal weitere Vorteile auflisten oder theoretisch Social Proof. Hier füge ich zum Beispiel ein GIF ein von einer Person, die das Produkt direkt nutzt. Das ist auch eine Art von Social Proof. Zum letzten Element unserer Homepage können wir das noch schnell abändern. Zwar, ich füge hier auch wieder Hintergrund 2 hinzu. Wir können auch noch zusätzlich einen sekundären Hintergrund nutzen und das Ganze dann direkt formatieren. Finde ich eigentlich auch gar nicht so schlecht. Das können wir gerne so überlassen und übernehmen. Und dann ändere ich folgende Sachen ab. Hier füge ich zum Beispiel den ersten Vorteil hinzu, wie zum Beispiel Hauptvorteil Hashtag 1 oder glatte ohne Probleme zum Beispiel. Zugehöriges Emoji. Da kann man das Ganze größentechnisch auch noch abändern. Dann positioniere ich das in der Regel unter dem Titel. Dann können wir hier noch folgende Optionen ein- und ausmachen, wie zum Beispiel Varianten ausfällt. Haben wir jetzt hier eh nicht. Hier entferne ich auch immer den dynamischen Checkout-Button. Und teilen ist für mich auch nicht relevant. Wenn wir hochscrollen, so sieht dann letztendlich die Homepage aus. Clean, übersichtlich. Wir haben hier mehrere Links direkt wieder zum Shop, zum Produkt. Wir haben hier drei verschiedene Optionen. Theoretisch vier, wenn man darauf klickt. Und die werden immer direkt zur Produktseite weitergeleitet. Komplexer und mit mehr Infos braucht ihr letztendlich eure Homepage gar nicht gestalten. Zusätzlich, was ihr noch machen könntet, wäre unter dem Produkt direkt noch Reviews mit der App Lux beispielsweise einbetten. Das wäre vielleicht noch eine Kleinigkeit, die man besser machen könnte. Jetzt kommen wir zum letzten und vermeintlich wichtigsten Element unserer Seite, die Produktseite. Denn hier ist schließlich, wo wir abliefern müssen. Denn hier schicken wir unsere Kunden von unseren Werbezeigen drauf. Denn hier wollen wir natürlich den Kunden zum Kauf bringen. Und welche Elemente sind besonders bei dem Aufbau eines professionellen, hochkonvertierenden Produktseite wichtig? Einerseits brauchen wir hochqualitativen Content. Zugleich inhaltlich, aber auch bildliches Material, sprich GIFs, Videos und Bilder. Es reichen oftmals nicht schlechte Supplier-Bilder. Wir müssen die entweder selber erstellen, überarbeiten mit Canva, Photoshop und Co. Oder alternativ diese selber machen. Einfach um eine höhere Conversion-Rate zu haben. Viele Supplier haben schon direkt gute Qualität von Bilder und Content, aber nicht jedes. Hierzu habe ich schon meine Bilder und Content-Pieces bereits überarbeitet und werde die nur noch einfügen. Ein weiteres Element ist zum Beispiel, dass wir unsere Produktbeschreibung und unsere Texte nicht unnötig in die Länge ziehen. Natürlich dort eben ausführlicher schreiben, wo es notwendig ist und vielleicht ein paar weitere Eck- und Detailpunkte hinzufügen. Aber wir wollen das Ganze nicht unnötig in die Länge ziehen, denn da verlieren wir nur wichtige Kunden. Denn unsere Kunden wollen nicht ewig lang lesen. Die wollen einfach die wichtigsten Daten und Kernpunkte an einem Überblick ablesen können. Dann wollen wir natürlich auch passend die Hauptvorteile auflisten. Was bringt unser Produkt eigentlich unserem Kunden? Warum sollten sie das kaufen? Dafür kann ich mich einerseits an erfolgreichen Competitoren orientieren, die Texte selber schreiben, alternativ bei Amazon und auch den Bewertungen schauen und zugleich auch ChatGPT fragen, welche Vorteile man dadurch hat. Somit hast du eine große Liste und kannst dementsprechend abwägen, welche Vorteile dem Kunden am ehesten überwiegen. Dann ganz wichtig, wir brauchen Social Proof. Also es muss quasi bewiesenermaßen den Kunden geholfen haben. Wie können wir das Ganze am besten ausdrücken? In Form von positiven Kundenbewertungen. Sind wir mal ehrlich, würdest du auf einer Online-Shop-Seite kaufen, wo du noch nie zuvor drauf warst und keine positiven Bewertungen drauf sind? Eher nicht. Also wir schauen als Kunde automatisch auf die positiven Bewertungen vor, vielleicht sogar Vorher-Nachher-Effekte mit echten Kundenbeispielen. Und diese können wir am besten mit der Shopify-App Lux Reviews oder alternativ zum Beispiel JudgeMe direkt auf unserer Seite implementieren. Mit aussagigen Reviews können wir natürlich deutlich eher an den Kunden zum Kauf stimmen. Und zusätzlich können wir alternativ noch ganz unten eine FAQ-Section anhängen, wo wir die wichtigsten Fragen des Kunden beantworten. Wie zum Beispiel die Versanddauer, was letztendlich im Paket enthalten ist, wie das Ganze funktioniert und vieles mehr. So sieht grundsätzlich die erstmalige Seite von uns aus, auch der Produktseite. Wir sehen hier wenige Elemente und wir wollen jetzt direkt auch die Struktur so dementsprechend so zusammenstellen, dass ich direkt bereit bin. Wir können hier einerseits wieder den Rich-Text einfügen. Dann will ich noch die Columns hinzufügen, hier mit mehreren Spalten. Ich mache hier gleich vier und passe das dementsprechend so an. Spaltenausrichtung mittig, vier Spalten auf dem Desktop. Ich entferne hier noch zusätzlich diese Überschrift und das Button-Label. Wofür wir das Ganze nutzen, um eben die größten Vorteile oder Aspekte für den Kunden direkt auszudrücken. Dann will ich hier meistens drei bis fünf verschiedene Bilden mit Text hinzufügen. Hier können wir alles Mögliche erwähnen, primär die Hauptvorteile. Dann könnten wir vorher-nachher-Bilder nutzen, Social-Proof oder theoretisch auch eine Erklärung, wie das Produkt funktioniert. Das wären alles wichtige Elemente und Faktoren, die wir einfügen. Ich schaue auch, dass die Bilder alternativ sich überschneiden. Zweites Bild. Und hier könnten wir unter einklappbaren Inhalt FAQ-Section hinzufügen, um eben die meistgestellten Fragen hinzuzufügen. Das allererste ist, können wir wieder das Ganze so anpassen, wie wir das auch auf der ersten Seite hatten. Bei Rich Text ändere ich hier auch wiederum das Farbschema. Füge hier einen Titel hinzu, zahlreiche Vorteile, die unser Produkt eben bietet. Und dann liste ich hier jeweils einzelne Vorteile auf, wie zum Beispiel schmerzlose Haarentfernung, dass man eben mit dem Rasierer Zeit und Geld sparen kann, zeitenweiche Haut nach Nutzung und dass man direkt schnelle Ergebnisse bekommt. Dann ändere ich hier auch noch ebenfalls Hintergrund auf den passenden Akzent ab, mache das Pairing etwas kleiner. Und so haben die Kunden direkt eine Übersicht an den Vorteilen, die sie letztendlich dadurch bekommen. Das können Sie schnell ablesen und schnell durchschauen. Hier oben füge ich noch ganz gern einklappbare Reihen hinzu, um auch wichtige Fragen direkt vorab zu klären. Dann würde ich das Ganze hier dementsprechend kurz im Text erklären. Auch interessant wären zum Beispiel Versand und den Paketinhalten. Hier fangen wir dann mit den ersten Vorteilen an. Ich nutze einfach das, was ich bereits für die Homepage vorbereitet habe und füge das hier quasi ein. Ein Button ist auf der Produktseite nicht zwingend notwendig. Bei der zweiten Sektion habe ich direkt schon ein GIF eingebettet. Und zwar wird quasi gezeigt, wie das Produkt letztendlich funktioniert. Als passender Titel habe ich hierfür Hör auf, dich jeden zweiten Tag zu resieren. So quasi ein bisschen eine Aufforderung. Und da wird das Ganze ein bisschen erklärt, wie das ganze Produkt funktioniert. Bei der dritten Sektion zeige ich auch, wie letztendlich ein Kunde das Produkt nutzt. Und erwähne einen weiteren Vorteil und blende hier auch noch den Button aus. Ich habe jetzt hier drei Vorteile aufgelistet. Was man eben, wie gesagt, noch machen könnte, wäre Sektion für Social Proof oder kurze Erklärung oder vorher nachher aufzeigen. Hier habe ich noch häufig gestellte Fragen als Titel hinzugefügt und quasi erste Frage vorbereitet, die ein Kunde potenziell hätte. Wie oft muss ich mich rasieren und kann es dann hier unter Reiheninhalt quasi die Antwort auflisten. Ein bis zweimal die Woche, was auch immer. Und so sieht letztendlich dann unsere Produktseite aus. Wir haben hier gut hochqualitativen Content, passend zu unserer Brandfarbe, alles gestaltet, beantworten hier direkt zwei bis drei wichtige Fragen, erwähnen hier die Vorteile, die unser Kunde direkt bekommt. Die Hauptvorteile werden aufgelistet und dementsprechend auch passende GIFs verwendet, um das Ganze visuell hochqualitativ darzustellen. Und zum Schluss noch häufig gestellte Fragen. Was jetzt noch eben fehlt, sind letztendlich die Kundenbewertungen. Die würde ich euch empfehlen mit Lux oder Ali Reviews oder alternativ, wie bereits erwähnt, JudgeMe zu installieren und hinzuzufügen. Aber grundsätzlich war es das Ganze auch schon. Jetzt weißt du, wie du letztendlich einen professionellen, hochkonvertierenden Online-Job innerhalb nur weniger Minuten direkt starten kannst und somit dein eigenes Dropshipping oder E-Commerce-Business starten kannst. Aber falls dir das ganze Tutorial nicht genug war, dann habe ich fantastische Neuigkeiten für dich, denn ich habe zwei weitere offene Plätze für diesen Monat Mai in meinem exklusiven Coaching-Programm, wo ich jeden Monat nur fünf Member mitnehme. Und drei dieser Plätze sind bereits belegt. Also falls das Ganze für dich interessant ist und du mit Dropshipping oder E-Commerce richtig durchstarten willst mit meiner persönlichen Hilfe, wo ich dich jeden Schritt direkt begleite, dann kannst du unten einfach diese kurze Formular ausfüllen und dich für ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren, um zu schauen, ob du letztendlich für dieses Programm geeignet bist und wir dann damit zusammenarbeiten können. Also sei schnell, die zwei Plätze werden schnell wechseln. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffentlich hat euch dieses Video gefallen, wo wir letztendlich den ganzen Prozess durchgelaufen sind. Von Anfang bis Ende, wie du letztendlich einen hochkonvertierenden Online-Shop in wenigen Minuten Schritt für Schritt gemeinsam aufbauen kannst. Wenn dir das Ganze gefallen hat und du weitere Tutorials zu Shopify sehen willst, dann findest du hier zwei weitere Videos. Einerseits zur Produktrecherche oder theoretisch, wie du Facebook-Werbeanzeigen schalten kannst. Diese kannst du gerne anschauen und ansonsten bedanke ich mich bei dir fürs Zuschauen, liken, kommentieren und abonnieren nicht vergessen, falls dir das Ganze gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.